Zurück auf der Bundesliga-Bühne. Markus Weinzierl übernimmt ab sofort den Tabellenletzten aus Stuttgart. Knapp 16 Monate lang war er nicht mehr als Übungsleiter tätig, aber hat nichts verlernt. Das erste Kapitel aus dem kleinen Einmaleins für Trainerpräsentationen. Die Vorfreude ist groß, dass es hier eine spannende Aufgabe zu bewältigen gibt, ist auch klar. Klar ist auch der Auftrag. Den VfB aus dem Keller führen und wieder mutigen Offensivfußball spielen lassen. Zuletzt war Weinzierl auf Schalke tätig. Es folgte eine Auszeit von über einem Jahr. Es war so und dann nutzt du die Zeit in allen Bereichen. Und es war privat so, dass ich das genutzt habe. Und es war auch sportlich sehr wertvoll. Ich habe die Zeit gesucht oder versucht so zu nutzen, dass ich im Nachhinein sage, es war vielleicht das Wichtigste in meinem Leben, weil ich im Sportler-Leben oder im Trainer-Leben, weil ich einfach auch Zeit gehabt habe, nach acht intensiven Trainerjahren, wo du nur im Job verwickelt bist, habe ich einmal Zeit gehabt, eben nach links und rechts zu schauen, was machen andere Trainer, mich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, was hast du gemacht, war das gut, war das schlecht, wo kannst du dich verbessern. In Stuttgart hofft man, dass der neue Trainer zu Erkenntnissen gekommen ist. Seine Aufgabe im Ländle, alles andere als einfach. Tabellenschlusslicht und in sieben Spielen erst 29 Chancen herausgespielt. Aber immerhin, die schwäbische Kulisse stimmt. Die Fans, die für mich sensationell sind in diesem Stadion, ich habe da immer Gänsehaut gehabt, obwohl ich auf der anderen Seite gestanden habe, sondern es sind 60.000, die, wenn die Mannschaft alles gibt, glaube ich, wenn man das spürt, dass sie sich zerreißen füreinander und für den VfB und für die Region, die das unterstützen, die das zurückgeben. Und das ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe, das rauszukitzeln. Weinzierl beerbt Korkut. Noch am Samstag, nach der Niederlage in Hannover, stand der nicht zur Debatte. Dann ging alles ganz schnell. Also definitiv sind alle Gespräche, die eine Trainernachfolge von Taifung Korkut betreffen, erst am Sonntagmorgen losgegangen. Und kein einziges Gespräch mit irgendeinem anderen Trainer, auch mit Markus Weinzierl, hat vorher stattgefunden, definitiv nicht. Die erste und vielleicht höchste Hürde muss Markus Weinzierl als VfB-Trainer schon am nächsten Spieltag nehmen. Stuttgart bekommt Besuch aus Dortmund. Natürlich ist die Konstellation jetzt so, dass der VfB 18. ist und dass der Tabellenführer kommt. Aber das gehen wir an. Und es ist eine riesen Chance, mit drei Punkten da unten rauszukommen. Und man kann als Tabellenletzter den Tabellenersten auch schlagen. Natürlich haben sie unheimlich viel Qualität, aber ich sehe eher die Chance in dem Ganzen. Und so werden wir es auch anpacken und da freuen wir uns drauf. Markus Weinzierl ist zurück in der Bundesliga. Und der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer. Mal wieder. Zurück Tortellenersten. Und der VfB-Stuttgart hat einen neuen Trainer. Vielen Dank.